Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen mit Freunden des gepflegten Glembau-Steinbaus. Und ihr seht es schon an der Verpackung, heute wird es mal wieder chinesisch. Und zwar haben wir hier den Guanzhan VK1602 Leopard Tank. 458 Teile, drei Figuren sind dabei und es ist wie gesagt diesmal wieder ein China-Import. Dann haben wir hier wieder so eine typische Guanzhan-Anleitung, auch mit dem Camouflage-Look im Hintergrund. Wir haben 18 Seiten, 33 Bauschritte. Auf der 17. Seite haben wir nochmal so eine Explosionszeichnung der Figuren. Und insgesamt haben wir 32 Bauschritte. Es wird ausgegraut, was schon gebaut wurde und was wieder neu gebaut wird, wird in voller Farbe dargestellt. Das war es im Endeffekt zur Anleitung. Und beim letzten Guanzhan-Set hatten wir ja ein Problem, dass es wirklich fast eine 1 zu 1 Kobi-Kopie war. Hier hoffe ich natürlich, dass es nicht so ist. Da werden wir aber im Laufe des Videos nochmal drüber reden und das werde ich natürlich recherchieren. Aber als erstes schauen wir uns das Ganze natürlich wieder von der technischen Seite an und vom Bau her. Und deshalb schauen wir mal, was sich hier in der Tüte noch so verbirgt. Und da finden wir grundlegend erstmal sehr viele, sehr kleine Teile-Tüten. Dann haben wir hier natürlich wieder die Karte von Guanzhan mit dabei. Auch wieder mit einem Stand, was mich sehr freut. Beim Typ Ijo weine ich dem Stand ja immer noch hinterher. Haben die Figuren-Tüten. Aber über die Teile-Qualität und die Anleitung, wie es sich danach bauen lässt, können wir natürlich erst reden, wenn wir das Ganze gebaut haben. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Viel Spaß dabei. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 17. Aber um das Set zu verstehen, müssen wir mal darüber reden, was der VK-1602 eigentlich für ein Panzer ist bzw. war. Der VK-1602 Leopard war ein geplanter deutscher leichter Aufklärungspanzer, welcher von der Bewaffnung und der Kampffähigkeit es aber trotzdem mit schwereren Panzern aufnehmen sollte. Die Entwicklung lief von 1941 bis 1943 und wurde dann aber abgebrochen. Der Panzer lief nie in Serienproduktion vom Band, geschweige denn gibt es nicht mal einen wirklich funktionsfähigen Prototypen dazu. Dementsprechend, das ist ganz wichtig zu verstehen, gibt es kein wirkliches, reales, gebautes, echtes Vorbild. Es gibt nur Konstruktionszeichnungen, welche sich aber teilweise vom Entwicklungsstand eben auch gegenseitig widersprechen. Deshalb werde ich bei so einem Set hier von Quan Can nicht darauf herumhacken, ob der Panzer nun vorne einen Kettenschutz hat oder ob er keinen Kettenschutz hat, wie es hier in dem Set umgesetzt ist. Aber, und das ist Fakt, den Panzer in diesem Maßstab darzustellen, ist ein wirklich gewagtes Projekt, weil sich die Formen von diesem Panzer da mal mehr, mal besser dazu eignen. Aber schauen wir mal weiter, was Quan Can daraus so gemacht hat. Fangen wir mal mit dem Guten bisher an. Einmal ist das Ganze super stabil, also das ist ein stabiler Bau, vergleichbar mit der Kobi-Bautechnik, das wissen wir alle von Quan Can, aber auf jeden Fall, hier fällt nichts auseinander. Da sind immer mehrere Platten und Schichten übereinander gebaut, das ist wirklich stabil. Und wir haben schöne, viele Drucke dabei. Bisher haben wir eben hier diese verschiedenen Klappen als Drucke, haben hier die Abzeichen als Drucke und haben hier nochmal so einen Druck mit auf einer Fliese. Das ist immer löblich bei Quan Can. Bevor wir jetzt mal über die negativen Punkte reden, und das sind leider bisher mehr Punkte als positiv, setzen wir mal das Ganze so zusammen, weil eigentlich wäre bei Bauschritt 17 jetzt eben dieses Teil hier wirklich draufgesetzt worden. So, ich würde sagen, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Jetzt müssen wir aber eben auch über die negativen Punkte reden. Und der erste negative Punkt ist, wir haben viele matte Teile, die mit einem glänzenden Teil kombiniert werden. Und das sieht dann nebeneinander einfach nicht gut und eher schäbig aus. Dann der nächste Punkt ist, wir haben wirklich sehr stark zerkratzte und abgenutzte Fliesen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, die sind gebraucht. Und ja, den Punkt gebe ich euch. Natürlich ist das Set ein China-Import, das sind aber die meisten Sets, die kommen hier über See zu uns. Dementsprechend ist nicht jedes andere Set so stark abgenutzt wie bei diesem. Der nächste Kritikpunkt ist sehr offensichtlich und ich muss es euch nicht mal in der Nähe zeigen. Ihr seht es in dieser Ansicht am besten. Man könnte ja denken, das soll ein Flecktarn-Panzer sein. Der Panzer sollte aber eigentlich in dem einen und demselben Beigeton gebaut sein und eben nicht mit Flecktarn-Optik. Jetzt haben wir das Problem, ihr seht einmal die 2x2er Fliesen haben einen ganz anderen Farbton als die 2x4er Fliesen. Dann ist aber wieder verwunderlich, weil zum Beispiel diese 2x4er Fliese, die bedruckt ist, hat auch wieder einen ganz anderen Farbton als die anderen 2x4er Fliesen. Und es ist wirklich so, dass wir hier echt krasse Farbabweichungen haben. Der nächste leider negative Punkt ist, dass wir hier viele Unebenheiten drauf haben. Das sieht man auf den ersten Blick. Das liegt daran, dass die Teile teilweise so fest sind, dass man sie nicht richtig draufdrücken kann, beziehungsweise sie dann wieder rausschnappen. Also hier ist bei der Teilequalität auch von der Verbaubarkeit leider viel schief gelaufen und hier wurde ganz klar bei der Qualitätssicherung leider gespart. Auch sind im Allgemeinen die Teile bisher sehr, sehr straff und der Bau macht deshalb ehrlich gesagt leider wenig Spaß bisher. Und wenn wir über Teile reden, die sehr viel Klemmkraft haben und sehr fest sind, reden wir ja auch mal über Kobi. Aber das ist anders als bei Kobi, weil die Gesteine bei Kobi sind halt generell relativ fest und halten dann fest. Diese hier sind aber eher so, als ob die Passform und die Qualitätssicherung und die Toleranzen in der Produktion hier viel zu groß waren. Und ich habe das von Quanshan schon viel, viel besser gehabt, weshalb mich das natürlich schon ein bisschen traurig macht und das Baugefühl leidet darunter bisher stark. Und es ist bis jetzt, wenn wir ehrlich sind, schon ein relativ vernichtendes Urteil. Ich kann nur hoffen, dass der Bau noch ein Stückchen besser wird, wenn wir jetzt den Rest vom Panzer bauen und die Kettenglieder bauen. Auch bei den Kettengliedern habe ich auch schon viele Gruselgeschichten gehört, die bei diesem Set wohl besonders schlimm sind mit vielen Fehlgüssen und ähnlichen. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier für Erfahrungen damit machen werde. Ich wünsche trotzdem wie immer viel Spaß noch mit dem Video. Und fertig ist der VK-1602 Leopard Tank. Aber schauen wir erst mal die Figuren und die Karte mit dem Stand an. Die Figuren haben schöne Brustbedruckungen und auch schöne Rückenbedruckungen und auch die Helme haben jeweils immer einen Druck und ein Logo drauf. Die Arme und die Beine haben aber auffälligerweise überhaupt keine Prints mehr. Das hängt wahrscheinlich mit diesen neuen Arm- und Beingelenken zusammen, beziehungsweise hier diesen Schultergelenken, die hier reingebaut werden. Und bei den Beinen daran, dass man ja quasi die Füße beziehungsweise Stiefel mit ranbaut. Das ist natürlich einerseits schön, weil wir so weiter weg von den Lego-Figuren kommen, aber trotzdem ist es natürlich schade, wenn dann solche Prints wegfallen. Aber mir gefallen die Figuren aus einem ganz anderen Grund leider auch wirklich nicht. Das Problem ist, dass die Beine und die Arme teilweise sehr straff gehen und teilweise sehr, sehr locker hier drin sitzen und auch im Spiel abfallen würden. Auch so eine Schwachstelle sind da diese Aufnahmen hier auf der Plate. Also da passiert es oft genug, dass man eine Figur auf eine Plate setzt, aber sie dann einfach wieder umfällt, weil hier unten quasi viel zu viel Luft drin ist und das nicht wirklich klemmt. Also die Figuren reichen, wenn man sie hier auf den Stand stellt und nicht mehr anfasst. Voll aus, weil dann sehen sie auch noch in Ordnung aus. Aber dort ist es wieder schade, dass dann eben diese bestimmten Drucke noch fehlen. Aber zum Spielen taugen die leider nichts. Trotzdem haben wir natürlich auch noch einiges an Ausrüstung dabei. Darunter fallen ein paar Gewehre, ein paar Lugerpistolen, Feldbecher, ein Fernglas und wie wir das schon kennen von Quan Can, diese Lederriemen, die man nochmal um die Gewehre mit rummachen kann. Auch dabei haben wir hier so eine schöne Kiste. Die wird jeweils aus zwei Teilen gebaut und ein Teiledrenner ist natürlich von Quan Can auch wieder mit dabei. Aber okay, kommen wir wieder zum Tank. Und ich habe ja gesagt, dass wir hier nur bedingt über die Nähe zum Vorbild sprechen können. Über einen Punkt müssen wir aber auf jeden Fall sprechen, weil der wirklich in jeder Blaupause und auch in jeder Konstruktionszeichnung gleich ist. Und zwar haben wir bei diesem Panzer eigentlich diese erste Laufrolle nach innen, die nächste nach außen, die nächste nach innen, die nächste nach außen und so weiter und so fort. Das wäre aber hier unmöglich, weil wir dann mit der ersten Laufrolle, wenn wir die nach innen setzen, hier mit dem ersten Zahnrad kollidieren würden. Und deshalb ist es hier wirklich unmöglich, das so zu konstruieren, dass es dann wirklich zu diesen Konstruktionszeichnungen passt. Es hat eben auch einen Grund, warum dieser Panzer noch nie von Kobi umgesetzt wurde. Er eignet sich für diesen Maßstab, wenn man ehrlich ist, einfach nicht. Das ist das Problem. Und davon gibt es noch weitere Probleme. Also das hier mit dieser Laufrolle ist nicht das einzigste Problem, an dem man das sieht. Aber trotzdem, es ist sehr schön, dass Quan Can eben nicht nur alte Kobi-Modelle neu aufflegt. Man muss hier den Versuch auf jeden Fall respektieren, auch wenn es hier gründlich schief gegangen ist. Auch nicht gelungen vom Aussehen finde ich zum Beispiel hier vorne den Geschützturm. Also der wirkt hier wie abgeschnitten und einfach wie unfertig. Und das ist aber auch wieder das Problem, weil mit Standard-Klemmbaustein hat man hier nicht die Chance, das schöner umzusetzen. Dann hätte man es entweder größer bauen müssen oder hätte halt mehr Formteile einsetzen müssen. Aber dafür ist ja Quan Can eben wieder nicht bekannt. Positiv ist mir aber auf jeden Fall aufgefallen, dass hier nicht ein einziges Kettenkleid irgendwie einen Fehlguss hatte oder irgendwas abgebrochen ist. Da habe ich von Zuschauern schon schlimme Geschichten gehört, ist hier aber zum Glück erspart geblieben. Mal noch ein kleines nettes Detail, was mir aufgefallen ist. Hier auf der Anleitung haben wir keinen Druck drauf. Beim echten Set haben wir aber hier den Print. Wie das zustande gekommen ist, dass er auf der Packung und auf der Anleitung der Print nicht zu sehen ist, kann ich euch aber leider nicht erklären. Das war jetzt wahrscheinlich nur Quan Can. Die Karte und der Stand sind ansonsten genauso, wie ihr das schon von den anderen Quan Can Modellen kennt. Ich kann es euch nicht vorlesen. Ihr habt sie aber mal gesehen. Ich finde sie vom Aussehen wieder sehr schön. Man muss halt sagen, der Panzer ist speziell. Genauso speziell, wie er auch damals geplant wurde. Und es fällt mir hier wirklich, wirklich schwer, darüber ein Urteil zu fällen. Aber wenn wir realistisch sind, haben wir keine gute Teilequalität gehabt. Weder vom Aussehen noch vom Bau. Wir haben keinen Bezug zur wirklich richtigen originalen Konstruktionszeichnungen. Da gibt es leider zu viele Abweichungen, die mit Glemmbaustein einfach nicht anders zu machen sind. Also aus dem Gesichtspunkt wäre es auch nichts für euch. Wenn ihr Bauspaß sucht, wäre es leider auch nichts für euch. Und dann bleibt da leider nicht mehr viel übrig. Dementsprechend gibt es von mir für dieses Set keine Kaufempfehlung. Ausgenommen ist der Fall, euch gefällt er mit den Fehlern und den Farbabweichungen, wie er so aussieht, so gut, dass ihr euch ihn ins Regal stellen wolltet, dann spricht natürlich nichts dagegen. Aber wenn ihr den Bezug zum VK1602 Leopard sucht oder auf eine gute Teilequalität hofft, beziehungsweise viel Spaß beim Bau, werdet ihr hier leider nicht fündig werden. Wenn ihr aber natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt mal gerne eure Meinung und eure Erfahrung zu dem Set in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr wie immer gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.